Ich lasse die Brecher in meinem Leben nicht mehr. Inka Bause will nicht alleine altern und nach einem neuen Mann an seiner Seite sehnen. Heute ist es jedoch definitiv mehr Charter als zuvor. Ich lasse die Brecher in meinem Leben nicht mehr. Wenn sie jung sind, werden sie es leichter behandeln. Ich ließ einen Mann in meinem Leben schneller sein, aber ich trennte und dachte schneller und dachte, oh, der Nächste wird um die Ecke kommen. Sie erklärte. Sie zog sich jedoch an, keine Schutzmauer zu bauen, wir müssen es wagen, herauszukommen, wir sollten keine Angst haben, von einem möglichen Paar verletzt, gelogen oder getäuscht zu werden. Wenn sie lieben wollen, wenn sie Liebe finden möchten, sie müssen auch riskieren und öffnen. So sollte Inka Bause's Traummann sein. Die Anforderungen an einen potenziellen Partner haben sich im gebürtigen Leipzig geändert. Dann ist sie in ihrem Beuteschimmer weniger wert, große und dunkle Männer. Sie können Inka mit völlig unterschiedlichen Eigenschaften beeindrucken. Ein Mann muss etwas einschalten. Es muss gut gespeichert werden. Und Humor ist sehr wichtig für mich. Er betonte das Bewusstsein des Fernsehens. Nun, der eine oder andere einzelne Mann muss sich gerichtet fühlen. Bauer sucht eine Frau mit Inka, Bause, die sie jederzeit auf RTL und sehen können. Verwenden Sie das neue Blatt.